Ich werde sie auch noch mal probieren. Ich habe das gesagt. Wenn ich nicht mehr reden muss. Okay, und ich habe das gesagt, wenn man das Rezept für eine rute Pizza wünscht, wo der sich ein Keinland für ein Pizza teilt. Und jetzt geht's los mit Ihrem Schlaf. Darf ich mich noch verabschieden? Sie sind schon vorbei. Ja, will ich es noch? Oh ja. Natürlich. Danke, herzlichen Dank. Remy Anberg hat ein Problem mit dem Ton. Es geht um eine Satellitenanlage. Und zwar habe ich seit neun Monaten eine neue Satellitenmitglieder. Der Digitalbox Imperial HD 10 Plus Hybrid samt der dazugehörigen HD Plus Karte. Bisher einwandfrei und wunderbar. Seit letztem Mittwoch aber seltenerweise ohne Ton. Und zwar auf allen Programmen, auch ARD, ZDF und so weiter, so wie die Zuwarten. Da ist der HDMI-Kabel durch einen 5.1-Verstörter hier und weiter zum Fernseher, dass sich zuerst ein Verstärker ist kaputt. Habe dann aber keinen Ton, habe ihn dann mal in einem anderen Raum an einem anderen Fernseher angeschlossen, wieder keinen Ton. Habe dann einen neuen Receiver gekauft und auch keinen Ton bekommen. Habe dann einen etwas älteren und zwar zwei Jahre alten Edison Receiver angeschlossen, ohne HD Plus, aber habe wenigstens Ton und Bild. Ich wohne hier in einem Sechsparteienhaus mit einer zentralen Startanlage. Können Sie sich einen Reihen daraus machen, was da so sein kann? Ich versuche es mal mehr in einen daraus zu machen. Ich glaube, Sie waren irgendwann im Menü vom Audio bei Ihrem Receiver. Dort können Sie an der Einstellung AC3 oder dort mit digitalen, können Sie einstellen, aber auch sehr, 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 sehr. Wir werden mal das Audio auf Stereo und Ihr Fernsehgerät wird wahrscheinlich dann auch den Ton verstehen und somit auch wieder umstellen auf Stereo. Und dann sollte man für mich das Problem sicher die Licht haben. Das Heft-Antifa ist natürlich ein Minderwert der Technik und bei uns kann man sogar auf den Anrufswandel sprechen und seine Frage loswerden. Und bitte schön. Guten Tag. Ja, guten Tag. Mein Name ist Wollein Adolf. Ich hätte mal eine Frage. Ich habe hier zwei Receiver und einen einen Receiver. Mit HD S2 empfange ich Tech-Time einwandfrei. Und beim anderen Receiver, ein Humax empfange ich, auch Tech-Time, aber nur Ton und die Sprache. Kann ich das ändern oder wie oder nicht? Vielen Dank. Tschüssi. Tschüssi. Sie haben leider uns nicht verraten, welchen Humax-Receiver Sie haben. Das ist jetzt eine große Frage. Das ist ein AD-Receiver. Sollte es ein Bild zu tun natürlich stehen, ist es ein HD-Receiver. Die gab es ja auch mal bei Humax. Dann geht es leider nicht. Wir sind jünger, mit Hardware. Sie wird zurück. Judith Buckus hat eine sehr interessante Frage für mich. Vor allem im Sommer, im Sommer, im Sommer, im Sommer in den USA, dort hatten wir eine eine neue Region, da ein Serious-Event-Radio eingebaut. Wir hatten vier bis in den letzten Jahren, die in der letzten Radio-Senderin, der Kern war über die Region, die ja die Region erklärte uns, dass dies ein, was gelesen hat. Und wie wir in den USA-Standard wären, habe auch keine extra Batteriesenschüssel am Auto gefunden, sah eher aus wie ein GPS-Empfänger. Wow. Warum ist es so was nicht da unten in Europa? Da wären wir die meisten, sondern für der Wendung gelöst, um diese Systeme zu entdecken. Und es gibt keine Autoradiosysteme, mit denen man AstraZardio empfangen kann. Wie funktioniert dieses System in den USA? Senden die um einige Stärken? Nein, die sind nicht für Stärken, die sind ungefähr sechs. Das hat die Lieblings-Serie, das hat die Künstler. Und da, die sind nicht für die Künstler, die in den Augen steht, aber die Künstler und die Künstler. Der Apogeum ist hoch. Der Apogeum ist sehr niedrig, das ist etwas sobal. Und kreisen wie die Erde. Und da, der Weg, oder am höchsten, ist das Apogeum, da bleibt auch das Atlet am längsten und ist dann zu entgangen. Nachdem die ganzen 100 A eben überdeckt werden mit diesen sechs Satelliten, haben sie auch von den Bank, der geht von Ostküste bis zur Westküste, immer dieselben Sender, das sind 140 Sender mit verschiedenen Musikrichtungen, Sprachsachen und dergleichen. Das ist allerdings bezahlreich und das heißt, dafür ist es auch werbefrei. Also die Nervenbewerbung ist tatsächlich weg. Syrius hatte damals so ungefähr 2009 die Idee gehabt, auch das hier im Europa anzubieten, sind allerdings nach Fahrplenum gestoßen. Da war Europa wie üblich, war sich überhaupt nicht mehr einig, ob man sowas als Gemeinschaftsprojekt vielleicht haben wollte oder sollte und dann sind die wieder amtlich wieder zurückgezogen.